Rote Rosen, Jakob riskiert alles und plant seine Wiederauferstehung Lüneburg, die Suche hat ein Ende. Nach der Begegnung mit einem jungen Mann schwebten Niki, Lucy Hellenbrecht, 23, in der ARD-Telenovela Rote Rosen auf Wolke 7. Doch mehr verliebte Blicke warfen sich die beiden nicht zu. Wie die Vorschau verrät, Erfährt nun auch Sandra, Teresa Hüppchen, 51, vom Schwarm ihrer Tochter. Sie erkennt, Niki ist verliebt. Aber noch immer steht die Frage im Raum, wer der junge Mann überhaupt ist. Nach Mias, Leonie Beuthner, 20, Rad, auf dem Fußballplatz nach dem gut aussehenden Mann zu suchen, wirst Niki tatsächlich fündig. Und sie erfährt endlich, wer der Kicker mit der Nummer 7 auf dem Rücken ist. Er heißt Finn, Lukas Bauer, 27, und ist ausgerechnet der Sohn von Bernd, Tim Eurig Stöneberg, 49, dem Verlobten ihrer Mutter. In Lüneburg beherrscht Jakobs, Matthieu Carrier, 72, vorgetäuschter Tod die Schlagzeilen. Ex-Frau Inken, Julia Weden, 54, findet sogar heraus, wer dem Heideeco die Information über Jakob zugesteckt hat. Es war ausgerechnet Nikios, Markus Graf, 69. Weil sie keinen anderen Ausweg sieht, versucht sie weiterhin mit der Hilfe von Britta, Jelena Mitschke, 44, und Amelie, Lara Isabel Rentink, 35, Jakob dazu zu bringen, Lüneburg zu verlassen und unterzutauchen. Doch daran hat er keinerlei Interesse. Jakob träumt viel mehr von einem Neuanfang mit alter Identität. Daher will er seine Tarnung auffliegen lassen. Ein riskanter Plan. Rote Rosen, Franzi bereitet ihren Abschied aus Lüneburg vor. Annette, Sarah Masuch, 44, findet endlich die perfekte Wohnung, aber es gibt einen Haken. Die Inhaberin ist Carla, Maria Fuchs, 47, und die beiden Frauen können überhaupt nicht miteinander. Wird Annette trotzdem den Zuschlag erhalten? David, Arne Rudolf, 32, sucht weiterhin vergeblich nach dem Passwort für sein Online-Konto mit der Kryptowährung. Er will die Strandbar nicht aufgeben. Franzi, Sophie Juncker, 25, plant unterdessen ihren letzten Abend in Lüneburg, mit David, Mia und Simon, Tore Lütje, 29, in der WG. Die Rote Rosen-Episode der Junge mit der Nummer 7, 3588, könnt ihr Montag um 14.10 Uhr im Ersten und bereits vorab in der ARD-Mediathek sehen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020